Einen wunderschönen guten Morgen liebe German Coaster Freunde. Wir sind heute unterwegs mit iLoop. Moin! Und wo sind wir auf dem Weg hin? Wir fahren nach Walibi-Holland. Wie lang noch? Eine Stunde oder zwei? Zwei. Zwei. Aber das tut nicht zur Sache. Aber wir sind nachher da. Untamed testen. Heißt es Untamed oder Untamed? Ist mir scheißegal. Hauptsache irgendwie. Genau. Wir freuen uns tierisch. Wir sind komplett aus dem Häuschen. Da ist das Auto. Und auch Bier. Darf man das sagen? Der hat aber nur Red Bull gerade. Ja genau. Wir sind jetzt gleich auf dem Weg und wir melden uns glaube ich dann mal, wenn wir wieder da sind. Das ist richtig. Wir werden glaube ich einen schönen Tag haben. Oder schöne Tage. Ja. Und es wird auch ein bisschen Alkohol fließen. Das heute Abend. Das werdet ihr alles sehen. 12. Ja. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Das ist eine Wadestange. Ach ja. Das ist aber nur ein Zug, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Jetzt haben wir Gouliard. Und ich glaube die Wadestange ist länger wie bei Untamed. Und auch irgendwelchen Bründen nehmen wir. Ich habe keine Ahnung, was welche Bründen, aber ja. Und hier steht ein verwirrtes Kind. Genau. Wir gucken mal was passiert. Und halten wie die Kinder auf mir. Und halten wie die Kinder auf mir. Ja. Wir fahren jetzt Gouliard und dann gucken was wir machen. Genau. Gucken wir mal was passiert. Also schicken wir. Kommt da eine Frikantel oder ein Lüppeler Bier, wenn es das hier gibt, dabei raus. Ja stimmt. Gleich müssen wir auch noch einschicken. Also ins Haus, ne? Das stimmt. Wir haben jetzt 14.18 Uhr. Das ist einhundertreifelstunde. Das ist einchecktime. Beste Gast, roken und das Gebrauch von e-Smokers ist nicht toegestaan in den Batterien in den Sturz von unsere Attraktien. Wir sehen uns gleich schon. Ja, wir sollen aufhören. Hallo, wir haben uns gerade den Scott getroffen von den Untamed Videos von YouTube. Haben wir ein schönes Foto gemacht. Ja, wir brennen das Foto gerade da ein. Irgendwo auf der Seite da auf jeden Fall. Genau, auf der Seite da. Und fahren jetzt Lost Gravity. Wir freuen uns. Genau. Kommt wieder aus dem Heus her und die Sonne kommt wieder raus. Ja, wir haben mittlerweile gutes Wetter, verhindert es ja noch geregnet. Jetzt wird es richtig ziemlich warm, ne? Gefisst, es wird auch warm, genau. Der Schlotten macht sich gleich frei. Heute ist Team Park NL Meeting. Heute ist Team Park NL Meeting heute hier in den Park. Aha. Deswegen hat es noch geregnet vorher. Auch gut. Ja, deswegen hat es geregnet. Stimmt. Sie sind schuld. Genau. So, und jetzt geht's ab. Wir fahren auf jeden Fall. Lost Gravity und da, 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 da. Ich bin schön, dass wir 100.000 Mal gefahren sind, aber... Da. Oben. Und wir sehen uns danach nochmal. Zack gestoppt. Es sind drei Sekunden, wo der Herr Schlotten von oben braucht. Und der Schlotten ist wie ein Eichhörnchen. Manchmal Eier auf die Berge hoch, dann ist Schleser wieder auf dem Dach. Und zack, wieder woanders. Wo wir erstmal ein bisschen... Ah. So, wir haben... Was haben wir denn noch gefahren? Wo haben wir aufgehört? Bei Lost Gravity, ne? Lost Gravity, da sind wir in den Express gefahren und dann sind wir noch... Speed of Sound gefahren. Dennis Bier. Speed of Sound gefahren und jetzt sind wir in unserem kleinen Häuschen. Genau. Wir sind schon ein bisschen verzweifelt, weil... Speed of Sound leer geht, obwohl er erst... Sechs... 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 Achtzehn... Achtzehn... Neun. Gleich. Aber die Stimmung ist gut und wir... Hauen jetzt den... Die Quadruple weg. Also... Wir sehen uns, denke ich mal... Genau. Einen wunderschönen guten Morgen! Es riecht an. Wir sind wieder im Wallaby Holland! Allerdings. Ich kann nicht viel sagen. Ja, gestern nach dem Tag... Woher da ist? ... sind wir wieder da. Und... Ja, wir nehmen euch heute wieder mit, oder? Genau. Wir sehen uns später. Ja, wir sehen uns später. Da sind wir wieder! Woo! Wir waren gerade, ne? Was waren wir? Auf der Service? Ja. Weee! Wir haben auch ein paar andere Sachen noch gemacht. Wir haben jetzt mittlerweile... Wo haben wir denn? Keine Ahnung. Womit? Ich glaube, 14 Uhr oder so haben wir mittlerweile fast. Äh... Ja, 14 Uhr leider. Ist das? Ähm... Und jetzt ist geschlossen. Es ist geschlossen. Es ist geschlossen. Es ist geschlossen. Es ist geschlossen. Ähm... Ihr habt ja noch ganz viel zu sehen in unserem Video. Oder habt ihr schon gesehen? Ja, gesagt, glaube ich. Ich glaube, ich darf noch was. Ja. Ich glaube, gestern habe ich das gerade schon in alles eingefügt für den Vortag. Ja, ihr werdet es auf jeden Fall sehen. Wir sagen mal. Bis gleich. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir kommen, bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.